Willkommen bei Du bist Autor. Es empfiehlt sich die Staffel von vorne zu beginnen. Klickt dazu hier, um zur kompletten Playlist zu gelangen. Viel Spaß! Wie ihr die nächsten paar Wochen überleben könnt. In der Mikrowelle? Was tust du denn? Selbst. Hä? Hm. Dieses Knusperbrot ist ein Hinweis. Wir müssen es unbedingt an einem sicheren Ort aufbewahren. Der sicherste Ort der Wohnungen. Vier. Vier? Scheiße! Das ist ein Countdown! Ein Countdown! Fuck! Fuck! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Weg! Ich muss hier raus! Warte, 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 warte. Wir wissen doch noch gar nicht, ob der Countdown für irgendwas ist, was draußen passiert oder hier drin. Also für draußen, für die Außenwelt oder für uns. Kann ich euch vielleicht weiterhelfen? Kann ich euch vielleicht weiterhelfen? Schreibt mir in die Kommentare. Die Idee, die die meisten Likes bekommt, wird verfilmt. Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Vielen Dank.